Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 und es ist soweit, Roads to Power, eine neue DLC ist herausgekommen. Und damit ihr eine Ahnung habt, welche coolen Charaktere ihr so spielen könnt, baue ich jetzt einfach mal die besten Starts raus, die nicht alle nur in 1178 den neuen Startpunkt spielen, aber natürlich die meisten. Denn es gibt auch vorher schon interessante Charaktere, die mit den neuen Mechaniken gespielt werden können. Wenn ihr gerade als Crusader Kings 3 mit diesem DLC gestartet habt, dann ist es eine super Zeit. Und wenn ihr da Hilfe braucht, schaut einfach bei meinem Kanal vorbei. Da findet ihr alle möglichen Tutorials, lustig geschnittene Playflows, im Zweikanal ganz viele Watts, wo ich ja meine Streams aufgezeichnet habe. Aber verschwenden wir keine Zeit, sondern gehen direkt mal in die Geschichte des neuen DLCs. Und zwar beginnen wir direkt bei 1178 mit einem landlosen Herrscher. Wie die ist schon mal, vielleicht wisst ihr es noch nicht, ihr könnt hier unten auf euren Symbol klicken und es ist ein neues Symbol hinzugekommen, um die überhaupt sehen zu können. Da, dieses kleine Helmchen, das ist euer Zugang zu den landlosen Abenteurern, die ihr hier auf der Karte finden könnt. Und zwar beginnen wir mit Meister Todor hier, der auf den ersten Blick erstmal aussieht wie ein ganz normaler landloser Abenteurer. Allerdings hat er eine ganz besondere Geschichte. Er ist orthodox und bulgarisch und gehört zur Desarstie der Aßen. Aber Meister Todor ist alles andere als ein ganz normaler Abenteurer. Denn normalerweise fangen Abenteurer mit recht wenig Truppen an. Wenn ihr oben rechts mal guckt, dann seht ihr, dass wir lächerliche 10.000 Truppen haben. Das liegt daran, weil historisch gesehen, Meister Todor und seine Brüder, nämlich das bulgarische Reich, neu auferstehen lassen und eine Rebellion gegen das Byzantinische Reich anführen. Sein Bruder wird sogar zum Römer Schlechter erkoren, weil er eben eine so tragende Rolle in dieser Rebellion getragen hat. Die unglaubliche Menge an Truppen kommen von Sondertruppen, die wir vielleicht vom guten Helsing kennen. Diese Sondertruppen sind einfach mal 2900, 2900, 2900 und 1880. Und ihr seht schon, das sind alles Abspalter, also Rebellen, die dem Todor und seinen Brüdern einen massiven Vorteil geben gegenüber allen anderen landlosen Charakteren. Diese Armee reicht, um eigentlich so gut wie alle Armeen auf dieser Karte zu vernichten, mal abgesehen von den allergrößten Reichen. Das heißt, ihr könnt relativ leicht, wenn ihr wollt, das Byzantinische Reich jetzt schon zerstören mit seinen 6000 Truppen, während ihr eben diese 10.000 Truppen habt. Ihr könnt aber mit Todor natürlich alles andere machen. Ihr könnt ja auch sagen, ich pfeife auf die Geschichte und werde hier nicht das Byzantinische Reich erobern, sondern wandere über die ganze Welt und reiße mir irgendwas unter den Nagel, worauf ich gerade Lust habe. Oder lebe einfach mein gutes Leben als Abenteurer, denn ich fange auch mit extra viel Gold, extra viel Prestige an und kann eigentlich alles machen, was ich will. Wenn ihr die Geschichte nachspielen wollt, würdet ihr eben Byzants angreifen, Bulgarien hier abspalten, um eben den Todors oder dem Hayatodor seinen Recht zukommen zu lassen. Ihr könnt aber auch nach Indien ziehen, Elefanten züchten, ihr könnt indische Reiche einnehmen oder andere Reiche. Wenn ihr eher die Erfolgsjäger seid, dann habe ich hier auch nochmal einen Tipp, der nicht in 1078 spielt und vor allen Dingen sehr leicht übersehen werden kann. Denn ihr habt ja einen neuen Reiter links, und zwar die Wandernden Verbanden. Diese Wandernden Verbanden, da verbergen sich zwei Personen, die einen Erfolg geben. Ich werde jetzt nicht schon wieder Rodrigo Diaz erwähnen, den wir ja schon mal im letzten Video gesehen haben. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, denn den könnt ihr jetzt offiziell als Abenteurer spielen. Sondern diesmal gehen wir auf Hasan Zabar. Ich sage aber schon, beide geben einen Erfolg, den ihr jetzt zusätzlich noch benutzen könnt. Denn beide haben einen besonderen Geschichtsinhalt. Und dieser besondere Geschichtsinhalt lässt euch eben die Story dieser historischen Charaktere etwas nachempfinden. Und bei Hasan Zabar haben wir eine ganz besondere Story. Denn Hasan Zabar oder Hasan Iszabar hat eine ganz besondere Geschichte. Man kann diese Geschichte hier einmal nachlesen. Als Hasan werdet ihr auf den Pfad des religiösen Fanatismus geführt. Sucht euch einen Ort aus, an den ihr das Licht des wahren Glaubens bringt und bekehrt Herrschern, deren Ratschaffen vor der Nase weg. Schließlich gipfelt eure Geschichte in einem großen religiösen Aufstand gegen den von euch erwählten Feind. Denn Hasan Iszabar war ein Missionar der Ismailiten. Oder hier ist es eben des Imamismus. Und dieser Missionar hat es so weit geschafft, dass es zu einer Spaltung in den muslimischen Glaubensgemeinschaften kam. Und hat damit einen neuen Glaubenszweig gegründet, der bis heute in einer der größten schiitischen Gruppierungen des Ismailismus ist. Wenn ich da jetzt irgendwas falsch formuliert habe, ja dann schenkt es euch. Aber auf jeden Fall könnt ihr hier diesen Hasan Zabar spielen als Abenteuer, um seine Geschichte zu verfolgen. Ihr startet bei Hasan mit super Traits. Ihr seid nämlich ein gelehrtes Orakel, was euch sehr starke Bildungsvorteile gibt. Außerdem seid ihr gescheit. Ein sehr guter körperlicher Trait, den ihr immer mitnehmen könnt. Maßvoll und natürlich ein religiöser Eiferer. Und ihr könnt natürlich jetzt anfangen, wo ihr wollt, euren Glauben zu verbreiten. Den Imamismus. Ihr könnt schon erkennen, wenn man die Karte einmal aufmacht, der ist so gut wie nirgendwo mehr vorhanden. Ihr müsst also den imamitischen Glauben oder den Glauben, den ihr euch vielleicht auswählt, dahin verbreiten, wo ihr wollt. Und könnt dafür ganz besondere Events nutzen, um eben, ihr seht es hier, diese verschiedenen Bildungsmissionen zu erfüllen. Und diese Bildungsmissionen ermöglichen es euch irgendwann, entweder durch Krieg oder eben durch solche Ränke, eure Religion in anderen Grafschaften zu verbreiten, wo sie eigentlich vorher nicht war. Damit könnt ihr einfach aus Spaß verschiedenste Gebiete in eurem Glauben absorbieren und dann nachher einen richtig schönen religiösen Aufstand planen. Zum Beispiel eben im Zeltschukischen Reich oder vielleicht im Byzantinischen Reich, worauf ihr gerade Lust habt. Wie gesagt, ihr spielt 1066, nicht 1078. Das Zeltschukenreich ist noch sehr mächtig. Es gibt noch keinen Rum. Und das Byzantinische Reich ist auch noch recht groß. Im Prinzip sind euch alle Wege offen dabei. Da ihr eben so einen super Bildungsstart habt, der wirklich mit guten Stats ausgestattet ist, trotzdem wohl alleine startet. Nicht wie bei unserem bulgarischen Freund. Könnt ihr eigentlich überall hingehen und euren Glauben verbreiten. Wie gesagt, eine besondere Geschichtsstränge. Startet ihr das Spiel, also legt es erstmal los, macht ihr erstmal die Pause weg, kriegt ihr direkt dieses Pop-Up hier, ismailitische Prediger. Wie ich eben sagte, eigentlich ist er immer mythisch noch, aber er soll ja eigentlich den ismailitischen Glauben reformieren, beziehungsweise spalten. Und hier könnt ihr eben zu diesem Glauben reformieren. Und ihr seht unten schon nebenbei, dass wir zum Ismailismus konvertieren und die Fähigkeit bekommen, den Glauben zu verbreiten, was eben unser Essentielles ist. Denn wir wollen unseren Glauben so verbreiten, dass Herrscher diesen Glauben annehmen, die Biete von unserem Glauben durchzogen werden und wir dann diese Spaltung, die eben historisch, semi-historisch mit Hassern auch verbunden wird. Und ihr seht als letztes, der hat einen Weg des Assassinen, können das vorankommen. Denn er soll aber auch derjenige sein, der diese Assassinen mit begründet hat, soweit ich weiß, und eben auch viel mit den Kreuzzügen, die sind kreuzfahrer Staaten zu tun hatte. Inwieweit das jetzt alles richtig historisch ist, ist eigentlich egal. Spielerisch gesehen ist es natürlich eine interessante Sache, diesem Mythos des Assassinen oder dieser Institution der Assassinen hinterher zu gehen und nachzuvollziehen. Und das könnt ihr halt machen, indem ihr mit dem Hassern die verschiedenen Optionen immer durchgeht und könnt jetzt neu verbreiten den Glauben. Ihr hättet aber auch jetzt nicht bekehren können, sondern einfach an sich diesen Glauben verbreiten können. Das müsst ihr nicht unbedingt mit eurem Ismailismus machen, ihr hättet es auch eben mit Imamismus machen können oder anderen Religionen. Und ihr seht hier, aha, wie geht das jetzt, den Glauben verbreiten? Ihr habt dann diese Option hier oben bei den Abenteuer Hauptentscheidungen. Ihr könnt auch hier den Vater Ismailiten dazunehmen, den kann jeder Charakter machen. Aber da könnt ihr auch nochmal eure Religion als besonders toll hervorheben und eben durch Heiligenstädte und deren konvertierten Lehnzellen, weil Ismailismus auch sehr wenig verbreitet, könnt ihr dann nochmal deren Stärke konsolidieren. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, hier immer den Glauben zu verbreiten und damit eben eure Religion voranzubringen. Mit Tächlichen Knopf kommt dieses Pop-up und ihr habt eben eine gewisse Chance, Diplomatie und Bildungsherausforderungen. Und dann könnt ihr diese Gebiete konvertieren. Je mehr ihr konvertiert, desto besser, desto mehr bringt die Geschichte voran. Wir gehen da jetzt nicht genau drauf ein, das könnt ihr einfach selber erleben und habt dann die Möglichkeit, einen Erfolg zu bekommen, wenn ihr diesen ganzen Geschichtsschrank auch wirklich durchgezogen habt. Wir haben jetzt sogar noch einen Staat, der sich sehr ähnlich spielt und auch eine interessante Religion hat. Den will ich euch direkt mitnehmen, der startet dann wieder in 1178. So, gehen wir da wieder auf 1178, wie gesagt, und gehen oben auf Landlose Herrscher, da könnt ihr es auch auswählen. Und seht hier unten den Lalibela. Und Lalibela hat eine spezielle Religion, nämlich die koptische Religion. Die koptische Religion ist in 1867 und 1066 nicht sehr weit verbreitet. Die ist aber in 1178 doch ein bisschen mehr verbreitet zumindest. Das heißt, ihr habt eine Chance, hier diesen Lalibela zu nutzen, um eben diese Religion auch weiter auf die Welt zu verteilen, wo ihr halt lustig seid, wohin ihr gerade gehen wollt und damit den Leuten unter deren Nase die Grafschaften wegzubekehren. Lalibela ist deswegen aber hervorzuheben, weil Lalibela auch etwas Besonderes mit sich bringt, nämlich ein Anspruch auf das abessinische Königreich, was sich eben hier unten ausgebreitet hat. Ihr könntet also zuerst mal um die Gegend ziehen. Ihr seht auch, er ist ein fähiger Stratege. Ihr könnt als Missionar dienen, so wie es halt für die Kopten ganz interessant wäre. Oder ihr könntet es als Szenario spielen, wo ihr eine Kriegerschar aufbaut, um euer altes Recht zurückzuholen und eurem Neffen vom Thron zu stoßen und damit der abessinische König zu werden. Beides bietet sich an, sowohl eine interessante Religion halt zu nehmen und damit zu missionieren, hier auch von Jerusalem aus, oder eben wirklich sein altes, angestammtes Recht zurückzubekommen und Abessinien einzunehmen, wofür ihr eigentlich ja nur wirklich diesen Krieg hier gewinnen müsst. Der ist nicht mehr übermäßig schwer, bietet sich also auch an, um das Ganze vielleicht mal kennenzulernen, die Mechaniken zu verstehen und als Wanderer sich ein Königreich zu ergattern. Jetzt will ich aber so fair sein, wenn ihr diesen DLC nicht genommen habt und trotzdem diese neue Zeit spielen wollt, aber keinen Wanderer, euch auch mal ein paar Alternativen dafür zu bieten. Das ist natürlich schon relativ offensichtlich teilweise, aber gehen wir mal auf einen Charakter ein, der momentan angezeigt wird, der nächste Woche wieder von der Bildfläche verschluckt werden wird, nämlich den Richard von Portois, der hier herrscht. Dieser Richard, wie ihr sehen könnt, ist der Sohn des Königs, König Henry II, kurzmantel von England. Wir wollen jetzt gar nicht zu lange über die Geschichte reden, man kann es ungefähr so zusammenfassen, dass der Henry II. von seinen Söhnen und seiner Frau in einer Revolte gezwungen wurde und diese Revolte hat er niedergeschlagen nach circa 18 Monaten und deswegen ist auch seine Mutter, nämlich Eleanor von Akritanien oder hier eben Allienor von England im Gefängnis und zwar von ihrem Mann halt wirklich ins Gefängnis geschmissen worden. Und ihr seht erstmal ganz spannende Konstellationen. Ihr seid also der Sohn des englischen Königs, habt aber nur eine Grafschaft und euer Bruder, nämlich Henry II, der Jüngere, der hasst euch ab und tief, denn er ist euer Erzfeind, wie ihr oben an diesem Symbol erkennen könnt. Heißt, der würde euch am liebsten umbringen und ist auch noch euer Erbe. Das heißt, das wird ein sehr schwieriger Start, mit dem ihr wirklich gut klarkommen müsst. Auch euer anderer Bruder hasst euch und ist zumindest euer Rivale. Aber wer ist eigentlich dieser Richard? Warum wird er jetzt im Hauptmenü angezeigt für den Charakter der Woche? Richard ist halt Richard Löwenherz, den man vielleicht aus den Robin Hood Filmen kennt oder weil er eine recht große Rolle in den Kreuzzügen geführt hat, die nach der Eroberung von Saladin in Jerusalem nochmal eine Rolle spielen. Das heißt, wenn Saladin seine Eroberung hier abgeschlossen hat, wird es einen erneuten Kreuzzug geben und dieser Kreuzzug führt nach Jerusalem. Das müsste der Dritte sein und will eben wieder Jerusalem erobern. Und da spielt Richard Löwenherz eine große Rolle. Er ist eben der zukünftige König von England und das ganze Robin Hood Mysterium darum spielt eigentlich unter seiner Herrschaft, aber er wird eben von John Ohneland dann verdrängt. Und das ist seine Historie ungefähr zusammengefasst. Ja, das ist hier unten ist John Ohneland. Wie ihr sehen könnt, ist es der kleinere Bruder. Aber wichtiger ist, vom spielerischen rein in Crusader Kings liegt es halt an dieser sehr interessanten Mechanik, dass ihr mehrere Rivalen habt, die euch wirklich verabscheuen, ihr auf eine Grafschaft erstmal limitiert seid und schauen müsst, wie ihr denn diese englische Krone überhaupt bekommen könnt. Ihr seht natürlich, ihr seid hier mit drin, aber ihr seid halt nicht an erster Stelle. Und die erste Stelle hasst euch absolut tief, könnt ihr also auch euren Titel abnehmen. Dadurch bietet es einen sehr herausfordernden und auch einen sehr interessanten und auch historisch interessanten Start. Und auch wenn es relativ offensichtlich ist, müssen wir als nächsten Charakter dann doch mal auf den Lepperkönig hin oder Lepperking. King Bauduin, der Aussätzige, der diesen Trade aussätzig hat. Der Hauptpage angezeigt Charakter ist seine Tochter, Prinzessin Sibylla, die das Ganze übernehmen soll. Das heißt, das Spiel selber gibt euch schon nicht ganz so den Hinweis darauf, dass dieser Bauduin überhaupt ein wirklich gut zu spielender, Bauduin so ein gut zu spielender Charakter ist. Denn ihr habt eben den Trade Aussätziger, ihr seid zwar 17, aber ihr könnt euch denken, dass eure Lebensspanne nicht sehr hoch ist. Außerdem kämpft ihr natürlich gegen Saladin, der eben ein Eroberer ist mit diesem lächerlich starken Trade. Ein krasser Glaubenskrieger und gescheit. Den kann man natürlich auch spielen, ist aber auch vorgestellt auf der Page, von daher relativ klar. Beim Bauduin ist es aber so, dass ihr auch einen Erfolg erringen könnt. Wenn ihr nämlich Saladin im Krieg schlagt, bekommt ihr einen Erfolg. Diesen Erfolg könnt ihr hier sehen. Regnum Dei als Bauduin von Jerusalem im Jahr 1178 Saladin in einem Krieg besiegen. Das müsst ihr also hinbekommen. Es ist recht schwer. Ihr seid zwar ganz gut finanziell aufgestellt, wie ihr oben sehen könnt. Könnt vielleicht noch ein, zwei Bündnisse holen, aber das große Problem ist, dass ihr weit weg von den anderen christlichen Nationen seid. Wenn ihr also auf Bündnisse hier geht, seht ihr, ja, wir können hier irgendwelche, Herr Todor können wir uns mitnehmen, die wir auch noch eben besprochen haben. Aber danach wird es auch schon schwierig, denn dann haben wir noch 5000 Größe. Und Saladin mit seinem Eroberer-Trade wird halt ordentlich zuschlagen mit seinen 10.000 Truppen, während wir also bei 3.800 rumdümpeln. Er wird sich auch nicht viel Zeit lassen. Er will natürlich Jerusalem erobern. Er ist ja nicht umsonst der Eroberer und hat diesen historischen Trait, weil er eben aggressiv vorgehen will gegen Jerusalem. Damit ist der Erfolg recht cool. Den kann man sehr schnell machen. Der Start ist dann aber auch schnell gemacht. Wenn ihr eben sonst den Standort nehmen wollt, würdet ihr Sibylla nehmen. Auch das ist nochmal sehr schwer, weil ihr müsst trotzdem in diesem Gebiet hier überleben. Oder eben Raymond von dem Libanon de Toulou. Diese Starts sind auf jeden Fall sehr interessant. Einfach auch, weil ihr das Ort Tremere, also das Großreich der Kreuzfahrerstaaten gründen könnt. Was wir unbedingt auch am Stream machen müssen. Sagt Bescheid, wenn ihr es gerne haben wollt. Das haben wir bisher noch nicht getan. Und das wäre natürlich eine sehr interessante Idee, das mal anzugehen. Und hier zu überleben, ist halt auch schon eine sehr große Herausforderung. Und wenn wir von großen Eroberern reden und da Saladin ja eh schon sehr präsent ist, zeige ich euch doch einfach mal einen anderen großen Eroberer, den ihr nicht vergessen solltet. Nämlich das Gurritreich. Ihr könnt ja mit den Guriden, wenn ihr einen gewissen Herzog oder Grafen anfangt, in 1066 und 867 ein Gurritreich gründen und damit eben einen Erfolg bekommen. Mit diesem hier könnt ihr den Erfolg ihnen nicht verfolgen, leider. Aber ihr seid halt ein großer Eroberer, wenn ihr mal Bock habt, von eben diesen pakistanischen Gebieten so richtig schön die Welt zu unterjochen. Und nicht mit Saladin, sondern da einfach eine Alternative haben wollt. Dann könnt ihr hier Amir Amiran Giyad al-Din, Mohammed II. von Gurritreich spielen. Den haben wir natürlich vollkommen falsch ausgesprochen, lass mich bloß in Ruhe damit. Der eben auch ein Eroberer ist und eine super Basis bietet, um halt eine extrem starke Persönlichkeit zu werden. Seit 39 Jahren alt, dieser Trade wird nicht vererbt, soweit ich weiß, daher passt auf. Aber dieser Charakter wird halt nicht vorgestellt und ist deswegen eine interessante Persönlichkeit, weil er historisch gesehen eben auch dieses große Gurritreich, was ihr eben in diesen Herausforderungen diesen Erfolg machen könnt, gegründet habt. Und zum Abschluss gehen wir wieder auf einen landlosen Herrscher, auch wieder 1178, wie ihr oben sehen könnt. Und so gehen wir uns schöne Polen, das wird aber schon auch einige freuen. Danach haben wir Prinz Mischko von der zerbrochenen Krone und dieser Name ist Pugram. Denn ähnlich wie beim Richard haben wir hier einen Fall, der etwas mit Königreich zu tun hat. Und dieser Mischko, wie ihr sehen könnt, hat schon einen Anspruch auf das polnische Reich und wurde von seinem Bruder Kasimir von Thron verdrängt. Wenn ich ihn irgendwie anders versprechen soll, sagt mir gerne Bescheid, ich hab's versucht. Und er ist ein Rivale von euch, denn er hat euch eben diesen Thron streitig gemacht. Und ihr könnt da mit diesem Anspruch dieses polnische Reich zurückerobern. Ihr seht aber schon das große Problem, wenn ihr jetzt mal nach oben rechts guckt. Das ist nicht wie beim Bulgarien, den wir am Anfang gezeigt haben. Und es ist auch nicht mal wie beim Abyssinia, wo das Abyssinische Reich ja relativ einfach zu besiegen wäre. Sondern ihr seid hier mit drei lächerlichen Truppen, drei Rittern und müsst ein Königreich besiegen, das 12.000 Truppen hat. Ihr könnt natürlich auch versuchen, durch irgendwelche Staatsstreiche und ganz viel Morderei, diese ganze Linie auszulöschen, bis ihr irgendwann wieder an der Reihe seid. Das ist aber wesentlich schwerer als beim Abyssinia, denn der Abyssinia konnte das relativ leicht tun. Einmal seinen Neffen umbringen, dann geht das. Hier ist das nicht mehr möglich. Das heißt, es ist ein super Quest, mit diesen drei Rittern anzufangen und sich das polnische Königreich zurückzuholen. Also wenn ihr mal ein cooles, geleitetes Szenario haben wollt und gerade auch dieses Gebiet hier mögt und auch diesen Zeitpunkt, dann bietet sich Prinz Mischko super an, weil er eben so eine erbärmliche Position hat, von seinen Geschwistern oder von seinem Kind sogar einen noch gehasst wird und von seinem Geschwisterteil, was noch lebt, gehasst wirkt und damit einen Quest hat, dieses Königreich wieder für sich zu erschreiten. Und ihr habt halt eben nur so lange Zeit, wie er lebt, wobei sein Sohn, also sein Erbe muss man sagen, nicht der Sohn der Rivale ist, einen fallen gelassenen Anspruch kriegen wird. Ihr könntet also auch mit ihm dann weiterspielen und weiterhin versuchen, dieses Reich, Königreich Polen, wieder einzunehmen. Bietet halt eine sehr schöne Herausforderung, kann man auch auf jeden Fall empfehlen. Ja und das wäre es eigentlich so. Das sind so die ersten Charaktere, die mir so aufgefallen sind, als ich mich einfach da wie so ein Irrer durchgeklickt habe, bloß halt ein bisschen was recherchiert habe, was die historische Periode bietet, außer eben die offensichtlichen Dinge. Wobei wir auch ein paar offensichtliche gesagt haben, das ist ja klar. Und das ist schon sehr interessant. Es gibt noch ein paar andere landlose Abenteuer, sind zwischendurch zu erwähnen. 1867 gibt es auch Oberagnasson. Wenn ihr mal Bock habt, ganz früh anzufangen, da ist das Chaos als Wanderer, glaube ich, sogar noch wesentlich größer. Dann könnt ihr jetzt auch Obi-Ragnasson spielen und natürlich alle möglichen anderen Charaktere. Aber das soll uns erstmal reichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like da und ein Kommentar da oder ein Abo. Das würde mich freuen. Kommt auch bei Twitch vorbei. Wir werden natürlich noch weiterhin viel zu diesem DLC streamen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.